Ich bin nicht drauf! Mach das! Hallo? Ich bin nicht drauf! Ja, nein, nein, nein. Das ist ober dir. Oben ist es. Warum oben? Weil es oben ist. Jetzt fährst du wieder zu. Geht schon? Geht schon. Ja, muss eh auf. Und jetzt? Komm ich nicht weiter. Genau, das war mein Problem. Dann machen wir das anders. Wie kann das denn? Aber ich glaube, das... muss da hin. Ich weiß schon, wo das hin muss. Du musst, glaube ich, wenn du da durchschwebst, dein letztes Portal da oberhalb machen, wo der Kuh entheißen ist. Ich geh jetzt auch so... Wo bist du? Mach das Orange! Ich wusste, dass du schon wieder da drin bist. Mach das schon lang. Aber dass du dein letztes Portal dann da drüben irgendwo machen musst. Mach das! Mach das! Wo denn? Da! Du bist kaputt. Ich bin tot. Na, erst wenn du ganz oben bist, beim anderen, beim letzten. Dort, da siehst du diese weiße Fläche. Und von da musst du dorthin kommen. Und von da musst du dorthin kommen. Theoretisch. Beim Schießen her. Nämlich. Wer nämlich mit Haar schreibt, ist nämlich. Deswegen schreiben wir nämlich. Deswegen schreibe ich immer vielleicht. Orange. 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 Entschuldigung, ich war nicht ganz am Schalter. Ich bin zu weit gelaufen. Blau? Oder orange? Blau. Ja, hau. Ja. Ich bin zu weit weg gekommen. Du musst mir das sagen. Ich bin weggekommen. Ich bin da weggekommen. Es ist toll. Andere Richtung. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Du sieh, was man hier sagt. Warum auch? Das wäre langweil. Und deswegen, kleines Kind, nimmst du nachher an. Und du nachtest. Andere Verrichtung? Ja, 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 mach nicht so einen Stress. Ich muss mit meinem Hund kuscheln. Ja, mich lässt du sterben, oder was? Du verreckst mich, mein Schwein. Ich schlafe. Acheloo! Acheloo! Machst du dich kaputt? Machst du dich kaputt? Machst du mich nach hinten? Ist das verkeppert jetzt? Hättest du mich nach hinten, dann hätte ich überlebt. Ich war ja dabei, aber es hat aufgehört. Bitte Hund, sie geben mich jetzt nicht. Ich habe dich nicht aufgestreckt. Es reicht. So, viel Spass. Ist sowas von sterben? Das ist voll richtig klar. Garantier dir das, was du stehst. Ich weiß, dass ich sterben werde. Wir werden alle sterben, bald ist es so gut. Und fahr so langsam nach oben, das ist deine Unglücklichkeit. Lass du mich jetzt sterben? In die Stacheln? Ja. Was tust du? Mich nicht sterben lassen. Achso, warte. Ja, jetzt bin ich in die falsche Richtung gegangen. Entschuldigung. Ja, jetzt kennst du dich aus. Jetzt weißt du, was mein Problem auch die ganze Zeit ist. Achso. Weil ich nicht weiß, in welche Richtung ich fahre. Ja, weil ich schieße nicht immer deine Stacheln hin. Deine Stacheln hin. Weil der Ding ist, der kommt gerade runter. Schau. Ich habe es gesehen. Hast du kurz gemacht. Ja, ich bin nicht so ein Arsch da wie du. Nichts? Lass dich nicht einfach verrecken. Bleib auf der Seite. Nein. Er kommt nämlich gleich. Und jetzt? Du hast es weg gemacht. Das macht nicht. Dafür habe ich einen Turm kaputt gemacht. Und ich habe einen Cube. Ja, und jetzt? Ja, jetzt bin ich hier. Schön. Und du musst mir den Strahl wieder irgendwie... Ich hätte den Strahl eigentlich mitnehmen sollen. Eigentlich hätte ich den Strahl mitnehmen sollen, aber es ist wachstig. Hättest du sollen? Ja, jetzt wirst du sterben. Nein, eben nicht. Ich bin nur einfach eingesperrt. Kannst du nichts tun? Kommst du nie ganz hier? Ich kann nur da oben Portal machen. Und mein anderes ist da unten unten. Warte kurz. Oh ja, warte. Ich kann... Ja, ja. Ich kann... Ich komme. Nein, ich komme nicht, weil ich muss ja da nach oben. Ich kann den Hut daraus schmeißen. Wieso tust du nicht kannst? Dein Portal ist da, wo ich meinst. Da, da, da. Bitte, Aufzug. Danke. Warum nimmst du... Bitte, warum nimmst du beides mit? Ich weiß nicht. Irgendwie ist gerade Verbindungsfehler. Oh Gott, jetzt ist alles kaputt. Hallo? Schufu? Schufu, was tust du mit mir? Wo bin ich, verdammt? Oh Gott, was tust du zum Henker? Oh Gott, was tust du zum Henker? Oh Gott, was tust du zum Henker? Ich werde sie wieder kaputt machen. Alles? Mach sie kaputt! Was sind Cubelos? Hallo? Ach du... Was sind Cubelos? Hallo? Achtung. Das war technische Gebrechen hier irgendwie. Wie? Mit dem Tepperdyskippel. So, was sind wir? Was tun wir? Wo gehen wir hin? Das weiß ich noch nicht. Wieso hast du... Mach ein Portal irgendwo! Das sieht sich aus, weil ich bin immer noch da unten. Wo willst du hin? Ich will wach! Ach so! Mach ein Portal irgendwo! Dann sag ich noch, dass du wach fliegst. Weil ich glaube, dass wir jetzt fliegen müssen. Weil wir müssen ja... Seh dich! Ich seh dich! Du! Mach! Geh da wieder hinein! Und dann machst du unten dein dunkelblaues Portal! Okay? Unten? Unten machst du dein dunkelblaues Portal unter dir! Dann ist der schon eng weg! Das ist ja wurscht! Den brauchst du nicht! Hast du den Cube mit? Nein! Nein! Droppe! Du sollst ja den Cube mitnehmen! Das hast du nicht gesagt! Du musst den Cube extra reinhauen, weil der Cube liegt nicht mit dir so! Ich schick dir den zu! Ich bin da, aber du machst es mir wurscht! Alle sind auf sich alleine gestellt! Alle sind auf sich alleine gestellt! Irgendwie wie Lefferded! Und das Problem ist, weil... Du kommst nicht weiter! Ja, ich komm nicht rüber! Weil ich kann mir nicht... Oh ja, ich kann mir von oben das Portal machen! Das heißt, da unten ist gelb, oben und drüben! Geht schon! Geht schon! Mein Tübchen! Nein! Mit extra will man für ein Ding gemacht! Egal! Wiedersehen! Puh! Hallo! Wolle in die Presse! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Zum Abschluss der Standardstrecke! Du verlierst den wieder! Danke! Bekriegt diese Errungenschaft einfach nicht! Bitte vermeidet! Durchaus nicht völlig schlecht! Nicht völlig schlecht! Na doch nicht so gut! Hihi! Tchiuuuu! Deine Flasche macht Geräusche! Piep piep piep! Wir haben uns gar nicht geliebt! Was war jetzt? Awe! Cäsar! Ja, wenn du Awe sagst, ne? Wir haben... Ich hab da die ganze Tastatur voller Brösel gemacht! Ja, das kommt davon, wenn du dich auf deinem Computertisch fressen lässt! Ich hab nur einen Tisch, der so... tut's mir leid! Aber ich fress nicht auf meiner Tastatur! Wir müssen das E-Werk am Ende dieser Strecke finden! Die Menschen müssen es versehentlich von meinem Netz getrennt haben! Ich hab gerade meine Tastatur ungedreht und hab mir ein Brot gebacken! Ja, die Verwaltung! Die Verwaltung! So ein Scheiß! Die Verwaltung! Die Rehnen schon da in den Grasen! Machst du gleich raus? Du bist ja die Allerbeste! Oh! Nein! 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 Wirst du sterben? Ja! Nein! Warte auf mich! Ja! Muss ich eh! Ja, warum musst du eh? Weil sonst sterben wir alle! Ah! Mit dieser Scheiße! Weil... Hast du noch den Ding hier auszumachen? Ja, aber ich weiß nicht, in welchem Portal er ist! Warte, geh weg! Ich seh nichts! Welches Portal hab ich da? Hellbläu, oder? Dahinten ist hellbläu! Aber ich weiß nicht, wo ich das nicht machen muss! Jetzt hast du Gack! Gack! Dachtet ihr, der Schalter sei dort unten? Kleine Bär! Dreh! 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 Oh! Ich muss das Rote umsetzen! Dreh! Das Rote umsetzen! Dreh! Huch! Nein! Hm-hmm! Aber weil... Ja egal, wir wären sowieso gestorben. Bei dem Tempo können wir nur hoffen, dass die Brennstoffzelle in zwei Millionen Jahren schmilzt und die Explosion das System wieder ans Netz bringt. Ja, ich weiß nicht. Ah, oh, ich sehe schon. Ich muss dort hin. Habe ich ja gesagt. Du hast jetzt dein Portal nie dort. Also das habe ich nicht gesehen, dass du dein Portal dort hattest. Geht schon? Ja, ja.